Super, also hätte ich dir nicht denken nach dem zweiten Drittel, echt, ganz klasse. Was soll ich dir sagen, hallo? Es war unglaublich, 2 zu 5, alle wollten gehen, ich habe gesagt, die schaffen das noch, die schaffen das noch. Und dann, alles geil, super gekämpft, klasse Spiel, weiter so. Was war das spannendste Spiel dieser Saison? Was war es das achte oder neunte Spiel? Das Beste, danke. Unfassbares Spiel, 5-2 hinten und danach noch 3, unglaublich. Ach Quatsch, ich kann nicht, ich bin ganz fertig, vor lauter Freude. Genial, einmalig, sind halt die Falken. Und, alles okay, wunderbar gespielt, mit viel Glück geworden, oder? Zu spät aufgebracht, aber ist in Ordnung, wenigstens mal wieder. Ein Spiel, oder? Alles klar, gut, aus. War heute ein sehr schönes Spiel und gut gekämpft am Ende. Ist super, herrlich, wow. Aus! инг Ja, 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 ja!